erfahrungsgemäß ist die warteschlange bei so einem ding gern mal auch länger daher hier so ein bisschen lange zickzack warteschlange natürlich volle geschwindigkeit weil die sollen schließlich transportiert werden und nicht irgendwie sich da den park angucken können oder sollen eine testfahrt raushauen tja und wie ich das hier mache der nächste weg wäre ja hinten ich glaube wenn ich mich hier so durchbauen ja mein park ist der allerschönste park im ganzen land das ist aber wirklich er ist er hat mich sehr so dass mein park wirklich der aller aller schönste ist spieglein spieglein an der wand wer ist der schönste park im ganzen land bombenweg ja wo denn wenn man das auch mal richtig sehen würde hier der hier ist es zack und weg der stört auch noch brücke über die kart bohren oh Oh, no. und eröffnung fertig eine morg denke ich mal ist in ordnung kurz wieder speichern wir sind schon im mai so und jetzt kommen wir mal zu unseren luftballons die waren immer so mitten irgendwo hin wo es gerade passt die will ich jetzt nicht unbedingt an jede fressecke bauen sondern hier sporadisch 1 2 davon hier zum beispiel vor das riesenrad oder ans riesenrad was sowas doch gut in der farbe schwarz vielleicht hier noch einen hin in der farbe weiß beziehungsweise graue traktion zuckerwatteverkauf und hier an der schiffsschau kann ich auch noch mal einen hinstellen in der farbe grau und dann kommen wir direkt zum zuckerwatteverkauf da müssen wir jetzt die ganzen fressecken erstmal wieder finden ach die eine war direkt hier so warum will jetzt keine mal mit dem sessellift mitfahren ist denn das schon zu teuer 50 pfennig ne 1 euro 1 mark was haben die denn 11 wagen und eine fahrzeit von 1 24 und 1 11 das sind also aller 10 sekunden ungefähr so kann man schlecht abschätzen weil die hinfahrt komischerweise länger dauert als die rückfahrt was eigentlich schwachsinn ist eigentlich müsste das ja gleich sein ach nee das hängt hier mit den kurven zusammen aber eigentlich ja ich bleibe dabei es müsste eigentlich identisch fast schon sein so zuckerwatter da freut sich der zahn auch und so so Na ja, die zweite Futterecke war hier. Oh ja, welken die Blumen. Da muss mal einer bitte kommen und gießen. Ich habe gesagt, da muss mal einer kommen und gießen, bitte. Gießen. So, die haben jetzt Zuckerwatte. Kriegst du ja an mit Regnen. Die haben schon Zuckerwatte. Hier hinten ist noch eine Futterecke. Und hier ist auch noch eine. Und da liegt tatsächlich ein bisschen Dreck rum. So geht das aber nicht. Bitte einmal hergehen und wegräumen. Danke. Ich stelle noch mal welche ein. Auch nochmal fünf Mechaniker. Das Geld haben wir ja mittlerweile. Werbekampagne sollte, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt notwendig sein. Und hier ist noch ein bisschen Dreck. 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 Als nächstes kommt eine Achterbahn. Und wir sind jetzt Mitte Mai, Ende Mai. Jetzt haben wir noch Juni, Juli, August, September, Oktober. Wie gesagt, so am Ende zieht sich das immer. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Dass es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig wird. Wir haben das ja schon ein bisschen versucht, hier mit einer... mit der Seilbahn ein bisschen Zeit zu überbrücken. Wir können natürlich noch eine Dampflokke irgendwo langfahren lassen. Wenn ihr das wollt, Achterbahn. Oder vielleicht bauen wir noch mal eine Achterbahn. Können wir einen Shuttle Loop bauen? Ist der verfügbar? Nee. Vielleicht so eine kleine Kinderachterbahn. So eine rasende Maus vielleicht. Könnte man noch machen. Mal schauen, wo wir noch ein kleines Plätzchen haben. Hier war doch noch was. Hier so eine kleine Achterbahn, so eine kleine rasende Maus. Komm, machen wir jetzt so. Muss ja nichts Hochtrabendes sein. Muss ja nichts Hochtrabendes sein. Oder ein kompakter Kiddy Coaster. Hm. Das ist jetzt die Frage. Sowas will ich nicht bauen. Hier sowas erst recht nicht. Ich probiere es mal mit einem kompakten... Achterbahn. Wird wahrscheinlich eh nichts. Wird das Ding Helix? Nee, ne. Achso, das wird jetzt schon scheitern, dass ich es hinten nicht anketteln kann. Ne, doch, Helix hat das Ding. Aber ich komme halt hinten nicht ins Ziel. Nee, dann hat sich das schon erledigt. Das Ding zu bauen. Oh, ich muss hinten noch einen wegreißen und dann irgendwie... Achso, nee, das geht nicht. Ah, nee, komm, ich... Wir bleiben bei der wilden Maus. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser zu bauen. Senkricht Achterbahn. Was war denn das für ein Achter? Das ist, glaube ich, die, die dann so diesen Hügel hoch zerrt. Na gut. Kann man bauen, muss man aber nicht. So, hier kommt jetzt mal das klassische wilde Maus gezuppeln. Da ist leider dieser Baum im Weg. Hier ein Hügel, eine größere Kurve mal. Ob das klappt oder ob ich hier rumkomme. Nee, schade, es wird nichts. Aber ich könnte hier noch einen runter bauen. Na, die Bahn könnte fast schon zu heftig sein. Wenn wir noch mal eine Testfahrt machen, dann sehen wir es ja dann. Mhm.